FINEMETAL FINEMETAL wurde als unabhängige Aktiengesellschaft 2009 in Zürich gegründet und ist spezialisiert auf den Handel mit physischen Edelmetallen. Silber, Gold, Platin und Palladium handeln wir in Münzform und Barren aller Größen. Wir offerieren nahe am Materialwert. Testen Sie unsere Preise! FINEMETAL bietet mit der Helvetia Feingoldunze als Alternative zu den gängigen Anlagemünzen wie Krügerrand und Maple Leaf die preiswerteste Anlageunze weltweit an. Die Helvetia Goldunze ist eine bei Argor Herreus in der Schweiz hergestellte Anlagemünze in höchster Qualität und im Good Delivery Standard. Die Helvetia Goldunze erfüllt die höchsten Ansprüche, ist liquide und überall als Feingoldunze akzeptiert. Argor Herreus ist eine der weltweit renommiertesten Scheideanstalten. Die Vorderseite schmückt die Helvetia. Sie gilt als Schutzpatronin der Schweiz. Das Gütesiegel bildet der Stempel der Argor Herreus. Auf der Rückseite sind Angaben über die Reinheit, das Gewicht und das Gütesiegel des Herstellers eingeprägt. In der Scheideanstalt wird das Gold in komplexen Prozessen zur Anlage Gold mit einer Reinheit von Pfor9 verarbeitet. Es werden Feingoldstangen zu 5 Kilogramm gegossen. Diese werden gewalzt und gepresst, bis ein schmales Goldband entsteht. Das Goldband entspricht exakt der Stärke einer Helvetia Feingoldunze. Aus diesem Goldband werden die Rohlinge der Helvetia Goldunze ausgestanzt. Die Rohlinge werden poliert, bis die Oberfläche keine Kratzer und Bearbeitungsspuren mehr aufweist. Die Helvetia Goldunze wird mit einem Druck von 150 Tonnen geprägt. Feinmetal hat den Standardbarren neu definiert. 400 einzelne Helvetia Unzen werden in einer Edelstahlbox angeboten. Die Helvetia Goldunze ist einzeln mit Zertifikat und in Tubes zu 10 und 20 Unzen erhältlich. Die Edelstahlbox mit 400 Unzen erfreut sich großer Nachfrage. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.feinmetal.ch Feinmetal ist Ihr Spezialist für physische Edelmetalle. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Die Karte hat die Karte aufgrund des Pädagogiker Selisses. Das war die Karte auf der S識ikameriker. Die Karte ist ein ganzer Weg zu machen. Das war die Karte auf der Sägean-Waufer. Die Karte ist ein ganzer Weg. Sie haben die Karte auf die Karte auf die Karte auf der Sägean. Im Begean-Wafer. Die Karte ist ein ganzer Weg. Vielen Dank.